Ihr werdet hier und jetzt sterben, Ezra! So. Gut, haben wir den auf. Na los, ich warte. Na. So, jetzt. Na los, geh weg. Wieso stirbst du nicht einfach so? So. Ich habe noch keinen nachvollen Angriff. So. Na. So. Komm ich hier irgendwie rein? Ach, nee. Wie viele wollen denn noch kommen? Boah, Messsau. Na los. Oh, shit. Oh, scheiß Kerl. Ja, scheiß Telebade. Geh tot. Geh tot. Mäh. So. Ne, der hat ja noch schon ein Schild und der ist tot. So. Sterbliche soll nicht Gott spielen. Verdammt. Lorenzo entkommt. Lasst ihn gehen. Wir haben jetzt größere Probleme. Äh. Oh, wieder so ein fucking Biest, Alter. So. Jawohl. Jetzt hat, äh, nein. Ja. Oh, wieder zwischen die, zwischen die Zwölfe. So. Wohin jetzt? Hier können wir nicht lang. Das war ja klar. Hier? Nee. Hier? Nee. Hier? Nee. Nö. Äh. Bin ich jetzt hier unten gefangen oder was? Ah, nee. Hebel. Also, die waren aber vorher noch nicht da. So ein Scheiß. Nee, da hinten hat es noch eine Truhe. Die nehme ich doch gleich mit. Vielleicht ist es voller Gesundheit. Ah, nee. So einer hier. So ein Klopskop. Ich lernte die berühmten Assassinen in ihrer Festung Alamut kennen. Sie ähneln in gewisser Weise den Templern, denn sie sind ebenso gut ausgebildete und gotteswürchtige heilige Krieger. Ihr charismatischer Anführer wird alter Mann vom Berge genannt. Einige der jungen Initianten glauben an den geheimen Garten des Paradieses. Es handelt sich dabei um einen eingebildeten Himmel, der durch bewusstseinsverändernde Stoffe wirklich wird. Wer erfolgreich ein Attentat durchführt, erhält Zugang dazu. Viele Könige und Adelige erweisen dem alten Mann ihre Gunst und pflegen die Freundschaft zu ihm aus Angst, sonst ermordet zu werden. Marco Polo auf Alamut 1273. Marco Polo! Nee, 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 nee. So, der musste sein, Entschuldigung. Nun gut. Also. Leider ist Lorenzo entkommen. Keine Sorge. Um ihn kümmern wir uns, wenn wir den Graal gefunden haben. Könnte er recht haben? Was den Graal betrifft, meine ich, dass Menschen eine solche Macht nie in ihren Händen haben sollten? Ich konnte diese Frage bislang nicht beantworten. Und ich kann es auch jetzt nicht. Ihr sagt, wir seien dem Graal schon nahe. Was werdet ihr damit machen, wenn wir ihn gefunden haben? Ich bete, dass ich bis dahin meine Antwort habe. Diesmal bin ich sicher. Der Graal ist hier, in diesem Sanktuar. Als Hugo von Payen habe ich ihn einst versteckt. Als Céliens von Aristide werde ich derjenige sein, der ihn wiederfindet. Welche Fallstricke und Herausforderungen uns auch noch erwarten. Wir werden nicht scheitern. Ja, Fallstricke und Herausforderungen. Ich sag's doch gar nicht. Ja, gelangt durch die Fallen. Ich lauf genau in die erste rein. Äh, drum. Also, das war auch schon mal schwieriger. Ich geh da weg. Okay, aus. So. Eieieiei. Französische Soldaten. Anscheinend sind sie vor uns angekommen. Wo? Das wird einfach. Warte, ich könnte ja auch in die, in die Fallen locken. ja na out Au! Mist, Sau. Und der ging daneben. Gut. Äh, okay. Wo ist die Kacke? Das sind Hebel, die diese Gitter öffnen. Wehen die uns um. Und der Meer her. Hü! Verdammt. Da fass die Schaumhaare weggefackelt hier. Mann, 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 Mann. Hier? Ah, hier ist ein Hebel. Hallo, ist das Fallgebiet? Wow! Shit. Weiß ich nicht. Was ist hier? Ja, ist ja gut jetzt. Oh, fallen wo? Da. Gut. Hey! Mann. Idiot. Ah, da, 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 da. Wieder dieser Hebel, wieder dieser Rätsel. Mann, ich könnte kotzen. So. Kuh. Und den hier. Einmal. Irgendwo war nochmal. Die ist so blöd. Komm jetzt. Mir folgen. Ja, die darf natürlich auch gleich in die Fallen. No. Wie soll man denn das sehen, Mann? Ich muss immer Kontroll drücken. So. Hebel benutzen. Ach, mein. Nee. Hebel benutzen. Hebel benutzen. Ja, wo denn? Ja. 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 Uff. No. Nein. Hebel benutzen. Hebel benutzen. Gut. Loslassen und rennen. Wo sind falsch? Ja. Ja, da sind Fallen. Und. Wo noch? Da. Jawoll. Hebel benutzen. Wie gerne, dass du mir folgst. Scheiß Fallen. Ja, der hat sicher Tausende. Nee. Okay. Hebel benutzen. Keine Ahnung, was da passiert. Hebel benutzen. Die Inquisitoren sind hier. Mit ihren Bestien. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie die Kammer des Gals erreichen. Sie werden nicht mal wissen, was sie gefällt hat. Das ist aber immer noch nicht offen. Autsch. Hey. Also jetzt. Meine Lieben, jetzt reizt langsam. Ey. Jetzt übertreibt ihr es. Äh. Austeilen hier. Scheiße. Boah. Äh. Ich kann auch immer so zurückgrunzen wie du, ey. Scheiße. Wichst Kopf mit Maske, du Elend ab. Du verdammte Stink-Sau. So. Ja. Du und so und rat. Bam, bam. Komm. Geh weg. So. Komm, du misst's auch. Ey. Ich block doch. Ich block doch. Jawoll. So. Ey, dieses Kacktor ist immer noch nicht offen. 700 AP. Von hier bin ich runtergekommen. Also, muss ich jetzt die andere Seite auch noch machen, oder was? Äh. Aber. Mit dem hier, bitte. Einmal auffüllen. Fallen. Da. 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 Fick dich doch. Deine Mutter. So. Ey. Wie soll man das, wie soll man das denn machen? Ja. Und das noch. Alter, das ist doch nicht normal hier. Wie soll man das denn machen? Äh. Ja. Hörst du mal auf zu brennen? Hier ist keiner. Oh, Gott. Oh, diese Kackfallen, Alter. Ich könnte kotzen. Also, hier. Dann. Wo noch? Da ist eine Fallplatte. Hier. Das sind keine mehr. Und auch keine Hebel oder so. Also. Da sind Fallplatten. Das ist aber auch keine Hebel. Ey, fick dich doch! So. So. Ja, werde noch schneller. Da ist eine Platte. Das ist so eine Kackplatte. Sag mal hier, wo geht denn das alles? Das ist doch völlig übertrieben. Übertrieben? Ich sag's doch noch. Das ist doch völlig übertrieben hier. Jetzt ist das Kacktor mal hoch. Ja, dieses Kacktor ist hoch. Und ich bin immer noch... Hab noch scheiß Leben und Scheiße und... Verdammt. Ey, du... Ja, ja, bleib da, bleib da. Schluss, glaub ich noch rein. Jawohl. Jawohl. Ey, ich bin kurz vorm Abkratzen, Alter. Dass mir so ein blödes Fass kommt. Fallen. Nirgends. Fallen. Nirgends. Fallen. Ah, ich regeneriere. Das ist super. Vorsicht. Die gekreuzten Linien bedeuten Lebensgefahr. Ich erinnere mich, tiefer im Sanktuar noch mehr solcher Zeichen angebracht zu haben. Wir sollten danach Ausschau halten. Aha. Und der Hebel hier. Und das ist hier noch. Es stimmt, das macht korrumpiert. Und vollkommene Macht korrumpiert vollkommen. Ja, das ist mir schon klar. Die waren vorher noch nicht da. Was ist die Scheiße hier? Ich muss das wieder mal ein bisschen rumladen, ne? Also. Äh, nicht hier. Oh, diese Kackfallen, ey. Mann. Hier. Oh. Autsch. Ja, das war mir klar. Äh, warte. Nee, scheiße, scheiße. Hebel. Aha. Das ist nur eine Tafel. Na gut. Hey. Was soll der Mist? War ich nicht schnell genug? Geht's da rein. Geht's da rein. Scheiß doch, die Wandern. Ich will da jetzt rein. Verdammte Elende. Cool. Gut. Dann ist einer. Unten bleiben. Geht's da rein hier. So. Ich will jetzt da rein. Scheiße. So ein Humbug, Alter. So ein Humbug. Jetzt mach doch mal. Scheiße hier. Scheiße hier. Ich lass es lieber, Alter. So. Ähm. Untersuchen. Warum ich den Gral versteckt habe? Ich war wohl unfähig, über sein endgültiges Schicksal zu befinden. Vielleicht seid ihr, der ihr dies lest, weiser und könnt die richtige Entscheidung treffen. So, ja, und wie es dann mit den Fallen weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Äh, 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 äh. So, ja, äh, äh, äh. Vielen Dank.